Was ist rezidivierende respiratorische Papillomatose? Die rezidivierende respiratorische Papillomatose ist eine ernste Erkrankung, die durch die Exposition gegenüber dem humanen Papillomavirus ausgelöst wird. Dieser potenziell tödliche Zustand kann jeden in jedem Alter betreffen und ist durch eine ausgeprägte Tumorentwicklung im Hals- und Atmungssystem gekennzeichnet. Ohne Heilung konzentriert sich die Behandlung auf die Entfernung des Tumors und die Linderung der Symptome. Es ist eine vermeidbare Erkrankung, und der Einzelne wird aufgefordert, Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, von CFA-6 bis zum Erhalt des humanen Papillomavirus-Impfstoffs. Die Exposition gegenüber den humanen Papillomavirus-Subtypen 6 und 11 ist direkt mit dem Auftreten einer rezidivierenden respiratorischen Papillomatose verbunden. In Anbetracht der laufenden Forschung gibt es keine festgelegten Richtlinien, um zu bewerten, warum manche Menschen UVP erhalten und andere nicht. Im Zusammenhang mit veneralen Warzen können humane Papillomaviren 6 und minus 11 während einer vaginalen Entbindung von der Mutter auf das Kind übertragen werden. Schwangere, die wissen, dass sie eine aktive Infektion mit dem humanen Papillomavirus haben, was durch das Vorhandensein von Warzen für Geschlechtsorgane gezeigt wird, werden aufgefordert, Maßnahmen zu ergreifen, um die Weitergabe der Infektion an ihr Baby zu verhindern. Die Anwesenheit von humanem Papillomavirus im Larynx lässt eine abnormale Zellentwicklung aus, die zur Bildung von Läsionen führt, die zu Knötchen oder Polypen heranreifen. Die Diagnose einer rezidivierenden respiratorischen Papillomatose wird im Allgemeinen durch die Verabreichung einer Laryngoskopie gestellt. Das Verfahren beinhaltet das Einführen eines schmalen, mit einer Kamera ausgestatteten Schlauchs in den Hals oder die Nasenhöhle, sodass eine klare Sicht auf den Kehlkopf und die Stimmbänder erhalten werden kann. Wenn Polypen entdeckt werden, wird die Person ins Krankenhaus eingeliefert, damit eine Biopsie durchgeführt werden kann. Ein Vollnarkotikum wird verabreicht, um die Entnahme von Gewebeproben zu erleichtern. Personen mit RRP haben eine ausgeprägte, progressive Veränderung ihrer Stimme. Häufig tritt eine Heiserkeit auf, die einer Änderung der Tonhöhe Platz macht, die das Sprechen anstrengt. Wenn vorhandene Polypen reifen und sich am Kehlkopf neu bilden, wird der Atemweg verstopft, was das Atmen erschwert. Fortgeschrittene rezidivierende respiratorische Papillomatose kann eine Tumorentwicklung auslösen, die über den Kehlkopf hinausreicht und die Bronchien und Lungen betrifft. Es gibt keine Heilung für diesen Zustand. Die Behandlung beinhaltet eine proaktive Überwachung des Rachens und der Atemwege auf neues oder aggressives Wachstum. In Anbetracht der Tatsache, dass das humane Papillomavirus häufig eine Vorstufe zu Malignomen ist, insbesondere bei Orpharen-X-Kazinomen, wie sie bei Personen mit aktiver humaner Papillomavirus-Infektion auftreten, ist es wichtig, den Zustand einer Person mit RRP genau zu überwachen. Wenn Tumore reifen, müssen sie operativ entfernt werden, um weitere Komplikationen zu vermeiden. Zusätzlich zum periodischen chirurgischen Eingriff zur Entfernung von Tumoren werden Personen mit rezidivierender respiratorischer Papillomatose üblicherweise mit antiviralen Medikamenten behandelt, um das Fortschreiten der Erkrankung zu verlangsamen. Eine intralationale Medikamentöse-Therapie, wie die Verwendung eines Medikaments auf Steroid-Basis, wird auch zur Verringerung von Entzündungen und zur Verlangsamung der Läsionsentwicklung eingesetzt. In einigen Fällen kann auch eine Ernährungsumstellung empfohlen werden, um die Immunität zu stärken und möglicherweise das Fortschreiten der Krankheit zu verlangsamen.